Musik Willkommen zur nächsten Partie in Hamburg. Ist Darmstadt zu Gast. Die hatten ja am vergangenen Wochenende es geschafft, noch nicht als Absteiger festzustehen. Und wenn sie jetzt hier in Hamburg gewinnen, ja, mal abwarten, dann ist für Darmstadt, glaube ich, nach wie vor nicht unbedingt der Klassenerhalt drin, aber dann wird es aus Hamburger Sicht wahrscheinlich nochmal richtig spannend, wenn die anderen da unten punkten sollten. Das ist ja durchaus möglich am vergangenen Wochenende mit Mainz, Wolfsburg und ich glaube auch Augsburg hatten ja gleich drei Mitkonkurrenten da unten gewonnen. Wow. So, ich muss was mit Darmstadt zeigen. Ich habe mich mal für eine andere Formation entschieden. Vielleicht hilft mir das. Lassen wir uns überraschen. Ich bin natürlich noch ein bisschen verärgert, weil es in der letzten Partie Hertha gegen Wolfsburg nicht zu einem Sieg gereicht hat, obwohl ich hundertprozentige Chancen hatte, obwohl ich zehn Schüsse mehr aufs Tor hatte als Mucke. Aber okay, so ist es eben. Dann muss ich das jetzt hier mit Darmstadt endlich mal besser machen, um an diesem Spieltag am Ende als Sieger festzustehen. Mal abwarten mit Darmstadt. Ihr wisst es, habe ich bisher nur ein Pünktchen geholt. Ansonsten immer knallhart und hoch verloren. Das wird heute hoffentlich ein bisschen anders. Alle Ergebnisse mit Darmstadt könnt ihr auf fifa-online-bundesliga.de nachlesen. So. Haben wir hier mal die Möglichkeit. Darmstadt! Tor! Ich führe mit Darmstadt! Ja, ich sage es. Warum ist denn der drin? Ja, Adler! Du warst doch dran, du Affe! Ich sage es doch. Ich habe es in der Partie vorher verkackt. Jetzt muss ich es eben mit Darmstadt korrigieren. Und das klappt schon mal. Der Adler war dran. Da steht Eigentor, Gott sei Dank nicht. Schiplock! Ich schieße mit Darmstadt ein Tor. Meine Güte! Liegt das an dieser neuen, tollen Idee? Nein. Ich glaube auch nicht. Liegt einfach daran, dass Mucke schlecht ist. Ähm. Ja. Mein Gott! Warum sehe ich das denn jetzt Geld? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, da wäre der Reigege wäre jetzt kaputt gegangen. Ja. Aber ja, Schmackes. So, Hamburg, ich versuche alles hier. Alter, du helllehr, meine Fresse. Ja. Schön durchgesetzt. Und dann... Naja, das war ja kein Schuss. Ja. Oh. Hallo. Oh, geht keiner ran, nur richtig hier. Nee. Schön gemacht. Hallo. Und nachsetzen. Ja, Hamburg, fast sogar den Ball gehabt. So setzt man nach in Darmstadt. So. Auf, auf, auf. Das war mein Titel. Ist in mein BH geplatzt. Wer ist hier nochmal Schiedsrichter Fummler, ne? Ja, Doktor Fummler. Was ist denn hier los? Ich habe mal mit Darmstadt richtig viele Möglichkeiten. Jetzt. Oh. Scheiße, scheiße. Ja, Hamburg, was ist hier los? Keine Ahnung. Aber meine Chancenverwertung, die ist wie eh und je richtig schlecht. Aber ich glaube, bereits jetzt ist das beste Spiel, was ich mit Darmstadt absolviert habe. Äh, ja. Schöner Pass. Bisschen ungenau. Oh, schau es dir mal an. Ja, da kann man noch was draus lernen hier. Oh. Schade. Darmstadt hat ja richtig Freude am Fußball. Nein. Das täuscht. Oh, Alter. Ja, komm. Ey, scheiße. Fummler will das doch sehen. Oh, Mann. Dann pfeifen lieber ab, Fummler. Pfeifen lieber ab. Er hat drauf gestanden. 1-1. Damit gleicht Hamburg aus. Ärgerlich. Aber schön gespielt. Auch ein bisschen Glück dabei, aber dann konsequent zu Ende gespielt. Hö, 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 Hö. Hö, Hö, Hö. Oh, Fostin. Schöner Block. Ah! Hahaha. Hamburg startet zu spät. Oh, hell leer. Das ist aber nicht sein Tag heute. Oh, wunderschön. Wunderschöner Pass. Wow, das ist ja Weltklasse. Oh, und das kommt so aus dem Kack rum. Oh, Tor. Oh. Wow. Mann, Mann, Mann. Hamburg dreht. Ja. Da am Start, wir waren gut dabei. Wir machen auch weiter. War aber haltbar. Ja. Doppelpack. Ja. Innerhalb von ein paar Minuten dreht, hab durch die Partie. Ja, lass auch einfach rennst du da ein bisschen schneller, ne? Nee. Ach. Ja. Gelb. Allerdings schaut der Fundler dabei einen in die Augen. Das macht der Wasserscheißer nicht. Äh, zweite gelbe Karte jetzt hier für mich, glaube ich, mittlerweile. Ja, müsste. Ja, da werde ich direkt auch noch gepfiffen hier. Ja, ist klar. So, und weiter geht's. Oh. Aber das Hamburg da noch zum Schuss kommt. Ja, gut eingesetzt. Da war gut gedacht. Ich plane da jetzt auch ein bisschen mit den Ecken zu spielen. Ende. Ah, scheiße. 2 zu 1 zur Halbzeit. Interessantes Match. Du, mehr Möglichkeiten, mehr Ballbesitz. Deutlich mehr Ballbesitz. Ja, bist eigentlich überall überlegen. Also, die Führung geht durchaus in Ordnung. Äh, trotzdem bin ich natürlich auch zufrieden, dass es mit Darmstadt diesmal besser läuft als ansonsten. Und ich hoffe, dass jetzt hier mindestens noch ein Punkt drin ist. Da bin ich aber auch von überzeugt. Wir hatten eine schöne Aktion. Haben sie dann, äh, aber ab der 30. Minute einfach nicht mehr konsequent ausgespielt. So, Bucke wechselt schon mal. Ja. Du wechselst allerdings fast immer zur Pause, ne? Ja, wenn mir da was... Ich gucke, wer mir so gefällt, wer mir nicht so gefällt. Und dann reagiere ich einfach. Äh, äh, zi. Oh. Uuh. Ui, da wurde mir Angst und Bange, du. Das schlottert mir aber richtig die Knie. Ups. Ja! Alter, ist das dein Ernst? Ja, du und Darmstadt. Sei froh, dass ich sie am nächsten Spieltag wieder habe. Ja, aber davor will ich jetzt hier noch ein bisschen was reißen mit Darmstadt. Oh, was ist das denn für ein Querpass? So auch noch nicht gesehen. Scheiße. Haben wir da... Genau. Schön gemacht. Ui, ui. Gut. Oh. Oh. Ja. Das musst du doch... Das musst du doch pfeifen. Ey, und da fehlten wieder nur wenige Zentimeter. Scheiße, gut aufgepasst. Oh, fuck. Ich war schon wieder... Jetzt kommen wir dann... In Gedanken einen Schritt weiter. Elfmeter. Elfmeter. Ja, es gibt den Elfmeter. Es gibt den. Aber was hast du denn, du bekloppt, Vogel? Zweiter Elfmeter an diesem Spieltag. Diesmal. Für mich. So, und dafür machen wir nochmal eine rote Karte. Guck mal, der ist vollgefallen, der Lappen. Ja! Gehalten! Scheiße! Mit Darmstadt... Mit Darmstadt gelingt mir aber auch echt gar nichts. Zwei Elfmeter gab es an diesem Spieltag. Beide verschossen. Oh, Backe. Oh, Backe. Darmstadt und ich, das... Aber wir geben uns hier wirklich heute allergrößte Mühe. Das muss man einfach auch hier mal festhalten. Positiv festhalten. Also so gut habe ich mit Darmstadt echt noch nie gespielt. Haben wir schön gesehen. Und dann kam der entscheidende Pass erneut nicht an. Ja. Jetzt schießt auch eine Mucke wie ich. Mehr auf Abseits gewesen, glaube ich. Nee. Ich war eine blieb unten. Echt? Ja. Wo ich hingeguckt habe, war so oben. Achso, okay. Ey, jetzt wird mal was geklitten. Erfummler. Ja, da hätte ich auch gemeckert, du. Ja, ich so. Mein Gott. Voll backmäßig da hinten gezogen, weißt du. Ja, die Mucke hat gefault. Ey, Elfmeter, ey. Nein, 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 nein. Mal wieder selber schuld. Oh. Darmstadt, komm. Oh, fuck. Riesenchance. Bist du denn? Oh, ich kann diese Sachen, diese Konter nicht mehr ausspielen. Ja, weil ich deine Konter kenne. Anscheinend. Ja. Fummler, du Pisser. Rein damit. Ja, Eigentor, Handspiel, alles. Oh, der ist verletzt. Aber er kämpft. Reicht sich hier aber ordentlich den Arsch auf. Wer läuft da mit? Ja. Oh. Oh. Gut gemacht. Darmstadt. Ja, mit dem Arsch. So, jetzt, Ecke. Oh, meine Güte. Was ist das hier schon wieder für ein... Ja, wirklich. Kann ich überhaupt noch wechseln? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube ja, ich glaube noch zweimal kann ich noch. Lasocca hat Power für Feierabend. Und dann kommst du halt noch für ihn. Und dann fertig die Sache. Sechs Minuten neunundfünfzig plus Nachspielzeit. Viel ist nicht mehr. Heiaiaiaia. Hamburg führt 2 zu 1. Heller Tod. Schießt trotzdem ne Ecke. Wurde nichts draus. Wieso ist Heller verletzt doch, du? Ah. Oh. Das gibt es nicht. Oh, das ist ein Tor. Wow. Oh, fuck. Wow, wo kam der denn her? Und was aus einem Winkel? Scheiße, ey. Oh, da hat nix gepasst. Oh, da war unhaltbar. Aber hast du mit Darmstadt gut gekämpft? Ja, Chancen hatten wir elf Meter. Ja, vor allem elf Meter. Abseits, ne? Ja. Ach, Mann, Mann, Mann. Oh, guck mal, Fubler schwitzt. Der ist, dem ist, glaube ich, ein bisschen, der ist ein bisschen feucht geworden. Oh, den hatten wir noch. Boah, da war ich fast wieder dran. Ich hatte den Ball doch schon. Und da machen wir noch ein 4-1. Und das passt da an. Das ist unfair. 4-1. Wie, da gehe ich mit Darmstadt baden? Äh. Ne. Ohne Worte. Ja. Ja. So schön gekämpft. So schön gekämpft. Na? Ja, da wurde ja fast gefährlich. Ja. Ende. 4-1 gewitt Hamburg und ich führe mit drei Punkten. Und zwei Toren. Ne, drei Toren. Ne, zwei Toren. Zwei Toren. Ach man, die Einzelspielanalyse online auf fifa-online-bundesliga.de. Und das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Zwei Partien in Folge unnötig hergegeben. Oh, das ist, das ist heftig. Jetzt haben wir nämlich schon vier Spiele absolviert und Mucke führt hier. Na gut, okay. Jetzt geht weiter. Wir sehen uns in der, beim Spiel Inkolstadt gegen Werder Bremen. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.